schönen guten Abend, schönen guten Abend meine Freunde, herzlich willkommen, euer Teacher wieder hier, Sub Games, erste Runde Solo, danach geht's los, ich freue mich auf euch ihr Lieben, let's go, let's go, wir holen jetzt hier mal den, wir machen den Bot an, ich krieg auf meine Uhr eine Nachricht, ich bin Teacher's live, ich wies noch nicht was, der komischen Apple Watch ist irgendwie alles immer so ein bisschen, komisch, wo überhaupt du Bandenbarst, du springst ins Gebüsch, weil ich der Mond auf dem Lambus schockt, yo, oben sieht der Batikam von oben aus wie ein Schlangenkopf, dude, so, wie ist Kameraqualität gut, Leute, ein bisschen zu warm eingestellt, also sehe ich irgendwie zu hautfarbig aus Orange oder sehe immer noch aus wie ein Geist, Leute, ist denn mein Dings eigentlich nicht an hier, hab ich jetzt hier ein bisschen blöd bei dem Tisch, dass das Licht dort nicht so gespeichert wird, wie man es hier einstellt, aber es ist egal, es gibt Stimme, aber schon blöd, Leute, so, der mega, ich hole gerade den Chat rüber und was ich im Chat sehe, ist absolut gar nichts, das sehe ich gerade auf dem Chat, dass ihr alles so schreibt, vermutlich, was ist denn das für ein Scheiß, so, dann fangen wir mal von ganz oben an, ich hoffe, ihr seht mich, versteht mich gut, Leute, auch nicht blechernd, weil es läuft immer noch über unser, über unseren Roger, Leute, ihr hört Roger gerade nicht, weil ich gerade noch Muck am Laufen habe, das war schön, guten Abend, zeig mal her, wir fangen mal von oben an, wir begrüßen immer jeden Einzelnen hier bei uns, das ist ganz wichtig, Ralf, Patrick, Ricardo, Tobi, Robin, Stefan, Kluge, Kluge, noch so ein Kluge hier, Grüße, Roland, Harry, willst du deinen Schnauzen, sagst du echt zu mir, Brudi? 3,5, genau, guten Abend, schön, dass ihr da seid, Alduin, Grüße, Alex, hi Brudi, Michael, servus, mein Guter, mir geht's einigermaßen wieder, danke der Nachfrage, mein Guter, vielen lieben Dank, Alex, grüß dich, nee, perfekt, okay, siehst immer aus wie ein geiler Typ, ey, kato Brudi, thank you very much, Bro, you do, bro, you do, ha, guter Matata, Daniel, grüß dich, Mikey, Andreas, Jörg, Mati, servus, ihr Schnuckihasen, Stefan, grüß dich, Daniel, wie geht's dir denn so heute? Es geht sogar, es geht mir eigentlich ganz okay, Bro, es geht mir ganz okay, muss ich sagen, ja, ich kann nicht über jedes Wehweh rumheulen, so, an sich geht's mir gut, ich habe mich nicht gekotzt, ich habe mein Essen drin behalten und alles andere ist für mich nicht der Rede wert, okay? Ich bin da zu fragst, ich hoffe, dir geht's auch gut, Daniel, Ralf, Grüße, Daniel, schönen guten Abend, Moritz, mein Sonnenschein, Daniel, Grüße, Hallit, mein Lieber, schönen guten Abend, Noah, grüß dich, Micky, Markus, Heiko, Alex, vielen Dank für deine 100 Sterne, Brudi, mein Dickerchen, vielen, vielen Dank, Bro, Servus, Marco, 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 Rüdiger, hey, Digga, du, kleine Maus, Florian, grüße, schön, dass ihr da seid, ihr Lieber, ich hoffe, euch geht's gut, ich traube mir jetzt mal was und ich hoffe, es bleibt drin und zwar bin ich mit meinem Bier heute und große An auf euch, auf die Familie, auf eure Realität und vor allen Dingen, Alter, auf euer Herz, Leute, was einfach unnormales, vielen, vielen Dank, dass ihr immer auf mich gewartet habt, dass ihr mich unterstützt habt und viele von euch nachgefragt haben, in privaten Nachrichten oder auch über Facebook halt, wie es mir geht, das ist echt unnormal, Leute, vielen, vielen Dank dafür, Heiko, grüß dich, mein lieber Nadinechen, Stefan, Christian, nach der Runde geht's los mit Zap-Games direkt. Und Daniel haut Gifte-Zaps raus, Alter, what going on, dude, mal Ehren in den Fett, ein schöner Fett auf Matze auf Zombie-Auge-Body, vielen, vielen Dank für den Gifte-Zaps, Daniel, Alter, vielen, vielen Dank, freue ich mich sehr, dicken, dicken Kuss aufs Auge, Matze, grüß dich, Daniel, dann mal Brust, Schnuckiputz, auf dir der Nesto und einen lieben Gruß an den kleinen Mann, Doppeltes Glück, Alex, nochmal vielen Dank, Name auch von Roger, danke, Alex, vielen lieben Dank, Bro, Prost, Halid, mein lieber, Prost, Michi, grüße, Prost, Mikey, Moin, Marse, oh, die Karte sieht auf einmal anders aus, seht ihr das? Liegt das an unseren Einstellungen, die wir bei Nvidia gemacht haben, oder liegt das an den Game? Das Game war eu farblich anders jetzt seit gestern, oder ist das jetzt an meinen Einstellungen gelegen? Wir haben ja nämlich nicht heute den Nvidia Force, haben wir dann ein bisschen was angepasst, sprich, hinter mir höre ich doch schnell ein Fliegen, Alter, du eckliger Sumpengaspern, Bro, willst du echt wissen, willst du das echt wissen, Bro, ja? Jo, es kommen natürlich keine Schüsse an, Bro. Ähm, Herbes, mein Vater, guckst du WhatsApp bei Gelegenheit, der Kommissar war unterwegs. Ähm, WhatsApp, mein Handy liegt hier, Bro, jetzt fliegen wir noch, jetzt können wir noch kurz kicken, ihr wisst, Digga, kommt der nächste hinter mir angeflogen, Digga, was ist aber immer, wenn das Thema aufstehen kommt, hat er erklärt. Oh, das ist nicht schlecht, das ist gut zu hören, Bro. Das ist gut zu hören, Bro. Das zeichnet ihn auch aus, Digga, danke für die Info, Marc. Finde ich auch echt mega, dass du jetzt so, oh, 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 Gegner unter uns. Dass du, der so, ähm, versuchst so ein bisschen zauern mag, dass da nichts gegen uns geschossen wird, Digga, finde ich echt mega, danke, der Marc, Digga. Danke dir, aber ich hab von, sag ich mir, davon auch nichts anderes erwartet, äh, das weiß ich selber, weil ich halt auch, oh, Digga, davon weiß, wie er mir anvertraut hat und er über mich gar nicht weiß, aber ist egal, Digga, das finde ich cool. Finde ich cool, freue ich mich auch sehr drüber. Danke dir, Marc, ihr Brudy, Brudychen. Ein alter Seat-Kollege. Oh, Brudy. Hier war ja noch ein Gegner drinnen, der war hinter mir, irgendwie ist es, das Game läuft einfach irgendwie nicht flüssig, keine Ahnung, ob das nur an mir liegt, aber ihr habt ja auch gesagt, boah, ist das auch nicht besser. Ich würde am liebsten den Typ eigentlich pushen gehen, Digga, ich will gar nicht wegrennen, am liebsten direkt rauf. Ich hoffe, ihr versteht mich gut, ihr versteht mich auch nicht zu blechern, wenn irgendwie die Stimme blechern klingt, liegt es dann im Soundprogramm, dann einfach Bescheid geben, wenn die Kamera irgendwie, wenn ich hässlich aussehe, dann ist das normal, da braucht ihr euch nicht erschrecken, das bin ich. So lebe ich und so sehe ich aus. Hey, Digga, da war doch ein Gegner drin bei uns, Bro. Oh, der ist über mir. Wie schießt er denn hin, Bro? Oh, Brudy. Das haben wir zerfickt gerade, Leute, haben wir zerfickt, holy crap, don't. Na, Daniel, grüß dich, alles gut vom Ton, Dankeschön, ihr Lieben, vielen Dank für die Info, hatten der gehabt, Bro. Den Z-Nimm auf jeden Fall mit in Green, Dr. Green Thumb, waren jetzt hinten schon looten oder nichts, die Frage, der hat auf einen Links geschossen, war das der, der schon reingelaufen kam gerade, oder war das komplett wie anders wieder? Der Lootet ist hier gar nicht, der Jeep steht hier geparkt. Hier waren sie wiederum schon, Kiste liegt auch unten, beziehungsweise auf dem Trankstellen, da wo man bescheiden hinkommt, aber man kommt hin, aber halt bescheiden. Den Seite, die Kiste liegt natürlich unten, Digga, das ist natürlich unsere rote Kiste, die da oben wieder geparkt ist. So, Thomas, grüße, Melle, Silvio, MP40, immer noch ein Killer. MP40 ist auf jeden Fall immer noch gut, aber jetzt nicht die beste Waffe, trotz dessen immer noch eine Waffe, die, denke ich mal, sehr viel Spaß macht zu spielen. Schön, dass ihr da seid, ihr lieben Mäuse. Müssen wir mal gucken. Digga, das ist echt, Digga. Bleib locker, bleib locker, Alex, Digga. Müssen wir selber fliegen, mal mit dem Seil gleich da hoch. Digga, was ist... Oh, jetzt raste ich gleich aus, Alter, jetzt flippe ich gleich aus, ihr kennt mich. Lange ruhig, ich geb mich immer, jetzt checke ich gleich ab, der hat noch eine Kiste noch mal gekauft, Bro. Oh, der geht gerade so. Jetzt spielen wir jetzt hier noch mal eine Runde. Oh, jetzt spielen wir mal, Bro. Digga, AGM, brutal. Aber ist das der Typ mit seiner Kiste jetzt gewesen? Das werden wir hier gleich sehen. Nee, ist er nicht. Der Typ mit seiner Kiste ist doch da hinten, oder kommt sie schon zu uns gelaufen. Das kann auch sein. Da hinten hat er eine Kiste gekauft, der Dude, Digga. Wo ist der, Bro? Wir haben Geld für eine Drohne, die holen wir uns auch. Alter, what's going on, Dude? Hello, hello. Du bist gewohnt Person, Digga. Glaub mir, ich hab mir vorgenommen, seitdem ich jetzt so krank war, Digga. Das bringt nichts mehr. Guck mal, ihr habt gestern gesehen, Digga. Gestern hat Gunner sehr, sehr oft sich beschwert. So wie ich eigentlich immer bin. Ich hab versucht, das zu unterdrücken, so ein bisschen. Wir hatten viel, viel abdrehen und rage, Leute. Das meine ich damit nicht, aber ich kann mich nicht wegen jedem Scheiß hier aufregen, Digga. Die Leute campen, das ist nichts Neues, wisst ihr? Reden sich halt meistens nur darüber auf, dass das Game einfach von der Performance gerade viel, viel schlechter läuft als letzte Woche. Der Typ ist noch in dem Haus drin, ne? Wo will der hin, Bro? Geht der nach oben aufs Dach drauf oder was will der machen? Er geht aufs Dach drauf. Wir finden den Bait und ich weiß nicht, was der macht, Digga. Was macht der da auf dem Dach, Bro? Was macht der da die ganze Zeit? Wir haben mit dem Jeep versucht, hinzufahren, den zu pushen. Einfach, weil wir Eier haben. Vielleicht ist er so dumm. Das ist dumm, glaube ich, Leute. Er snippt immer noch da oben aus. Bro, wo ist der denn hin, Digga? Das ist dumm, was ich gerade mache, Digga. Wenn ich den Sniper-Heli fange, bin ich tot. Der kommt jetzt nicht von hinten, da bin ich nämlich direkt weg. Tolle Fans, Andi, grüßt euch. Christian, Fabi, Mikey, Ralf. Schönen guten Abend in die Mäuse. Schön, dass ihr da seid, Family. Ich hoffe, euch geht's gut. Ich hoffe, euch geht's gut nach der Runde geht's los mit Subgames. Ich hab das immer nicht gerne, wenn ich weiß, einer ist bei mir im Rücken und der snipet auch noch. Und du bist mit der Amagoera, Alter, so langsam, die nur ein fettes Stück Scheiße. Heimliche Drohne ist da. Hat der noch eine Drohne rausgekloppt und der wird sehen, wahrscheinlich. Ich weiß nicht, ob der das überhaupt hinter mir war oder nicht. Aber der wird jetzt sehen, dass ich hier wahrscheinlich Richtung Seil laufe. Jetzt kommt der schon angefahren. Digga, ey, zwei... Weiß, Sniper, Digga? Weiß, Sniper, jeweils im Busch, habt ihr's gesehen, Digga? Der rechts daneben hockt nochmal ein Sniper, Bro. Bin ich eigentlich der Nuttensohn in der Runde gerade, Leute? Bin ich der Nuttensohn in der Runde, oder was? Ob du behindert sie? Der flach, Digga, Wunsch! Habt ihr's gesehen? Zwei Sniper hocken im Busch nebeneinander zehn Meter und ziehen in meine Richtung. Und der wix, wix, Fie, mit seinem Auto kommt in meine Richtung geballert, Alter. Leck mich doch. Na ja, Marc, wird mich von der überhaupt nicht wundern, Digga, aber... Wie gesagt, das ist wie ein... Ich verstehe nicht, wenn jemand bei uns hier Moderator war oder bei uns in der Familie war, über längere Zeit und sich hier eingebunden hat und sich hier wohlgefühlt hat, und wenn man hier nicht mehr bei uns in der Familie ist, warum redet man denn schlecht über andere, Digga? Warum redet man schlecht über mich? Ich hab doch niemandem was getan. Du bist doch hässlich. Schatzi, ich muss mich konzentrieren ein bisschen, Hase. Mann, ich hab Reibung kassiert hier. So, ihr könnt jetzt rein, wir machen jetzt Subcams. Ich freu mich auf euch, ihr lieben Mäuse. Robert Reich, grüß dich, Robert, Alex, Servus, Robert Jasmin. Für euch im Startzeit, Gregor, Molle, Maus, hallo, hallo. Oh, ich bin ja angerufen, nix. Hier kannst du ja nicht gucken. Okay, jetzt meinst du. Natürlich kann ich gucken, ich muss bis warten. Leute, ihr könnt schon mal rein, ihr wisst ja, drei Leute danach ist... Wenn wir vielleicht wieder rausgehen, bin gleich wieder da. Oh, komm, mein guter. Vielen lieben Dank für deine 50 Sterne und grüße, Schnuckelhase. Die Menschen, die sich profitieren müssen. Ja, ich geh gleich weiter, hier, Schnuckelhase. Die Menschen, die sich profitieren müssen. 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 ZDF, 2020 Untertitelung des 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 ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 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 Du willst ja bei mir mit Luder Andreas sein, ernst? Ja, ja. Da sollte ich aber ganz vorsichtig sein, Digga. Ich glaube, ich steh mir eh gleich runter. Ja, mach ich nicht da unten. Der Helfi liegt hinter mir, Andreas. Noch ein Kurswagen zum Werfen. Gute! Totenstille. Ich hab den Shop weggehauen. Ich würde lieber werfen, oder meinst du? Ich würde weiterfahren mit dem Gondelding, Digga. Ja, kann man machen. Ich hab Drohne dabei, ne? Kann man da machen. Lach jetzt hier noch irgendwo ein Selfie rum? Nee, warum? Nein, ich hab ganz gemein. Hopp, jetzt haben wir ja. Alles gut. Komm, los, wir fahren. Okay. Wollen wir machen? Erfi? Erfi? Erfi. Erfi kann ja weiterballern in Richtung Fields, oder hier Fields geht's auch nicht. Erfi kommen wir hier oben raus. Guck mal, rechts im Shop erstmal laufen wir daraus eigentlich. Erfi? 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 Ich hab den Feind im Visier. Wo wart'n' den Dude? Wir sind alle über Sicherheit. Was ist der, ja? Die snipen vor uns auf uns aufpassen. Lass' mal hinter zum Shop lieber erstmal, oder? Oder wollt ihr woanders hin? Jetzt wird vielleicht sogar die hier unten spielen. Na dann hinter! Wollen wir noch mal ne Drohne mitnehmen? Drohne Prezi, Selfie. Check back. Ich hab' keine Sniper, ich geh' zum Shop, Leute. Deswegen ja, ich geh' zum Shop, Leute. Erst' mal. Naja, lass' zum Shop. Marcel hat Geld für Selfie, Mikado hat auch Geld für Selfie. Ich flopp mir noch eine Drohne raus und nehme mir noch eine Drohne mit. Ja, ich habe verwundert, hier ist es nicht. Hinter uns kommen die, Digger. Hinter uns. Ja, fliegt der, oder was? Ja, der ist da unten, ist der, Digger. Hat gute Hits gekriegt, der Dude. Der geht weiter, der Dude. Können es Richtung Ballon denn move, eventuell, von da aus die Wichsen, oder was? Wollt ihr nicht mit? Sagt ruhig, wenn das euch zu offensichtlich ist, oder offensiv. Nee, komm. Nö, komm. Die Drohne ist aktiv. Kann ich die Drohne aktiv? Was? Gasmaske hier oben. Ich habe auch Gas. Jetzt zieht sich mit einem Seil hoch, einer. Von vorne, von uns. Macht der andere, läuft der andere da. Ja, der ist nicht von uns gelandet. Der geht zum Shop, der geht zum Shop. Einen habe ich. Am Shop hinter uns, ja. Lila Marker. Das ist der, der gerade weggeflogen ist. Wollen wir da hin, oder was? Mehrere Leute da. Der hat die eine gekauft. Ja. Ist noch eine Drohne übrig? Wollen wir hin da, oder was? Ja, ja, los, kommt. Dann kommt der eine. Hä? Was ist denn jetzt? Abgehauen. Äh, so schnell? Wollen wir zu grün spielen, Manu? Äh, ja. Leute, lassen wir uns mal einig werden, wo wir jetzt hingehen, Leute. Rechts oder links? Alter, dieses Wind, ey. Ich könnte so kurz... Ich halte mich auf rechts. Ja, dann rechts. Lass uns jetzt rechts, alle, Mann, Digga. Dieses Wind hotf***t mich gerade ehrlich, Leute. Ich glaube, du stehst da ziemlich lange still. Wo sind die da, Bro? Ja, ich bin in den Scheißraum. Digga, von rechts. Wir kommen ja nicht mehr weg, glaube ich, Leute. Das wird richtig eklig jetzt, Leute. Wir sind über die Häuser, wir sind über die Häuser hinten rum. Sind da auch welche gewesen? Ja, das wird eklig jetzt, Leute. Lassen Sie mal links zum Ballon laufen, links zum Ballon irgendwie hoch. Geht nicht mehr anders. Wir müssen es probieren. Oder auch nicht, das war es denn. Das werden wir nicht schaffen zum Ballon. Ja, dann laufe ich die Häuser eben ein bisschen entlang, Alter. Oben. Oh, ne, war nichts. Das war jetzt richtig übel, Leute. Das wird jetzt hier richtig übel, Leute. Sind hier noch oben drin, wir sind hier oben noch drin. Wir müssen nicht runter, Leute, glaube ich. Können es hinlegen, hier. Hier, da oben sind sie. Die ficken weg. Einer fügt runter, rechts runter. Das hier ist halt auch ab, Digga. Der Bombo will noch, gell. Alter, du nervst. Aufgestützt. Das kannst du nicht. Und in der Manga. Rechts an der Tür. Ja, ja. Ich hole mich da wieder. Ja, ich kann den. Da hinkst du alle. Okay. die stützen sich die sind schlecht ich sehe das kein bro ich sehe den ja jetzt lauf lauf dann schützt sich wieder alle da hinten auf deswegen in der drohne kaufen entweder entweder zieh mal durch ich brauche die drohne ein mitnehmen eventuell gegen mogen lassen zum ballon oder schlicht die idee oder links aber darüber zu laufen genau wissen wo wir kommen ein schöner zieht sich hoch scheiß drauf scheiß drauf scheiß drauf das will ich erstmal beschießen digga vollziehen die sich alle hoch brauchen noch einer die kommen jetzt alle von der tankstelle sind zwei teams die kommen jetzt alle zum ballon guck dir das an digga im stream digga ich dachte ich hätte einen scheiß der magen mit die denken mich um die schiebe junge hat er noch einen hochgezogen krieg mir zu manu irgendwo in die richtung ne 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 wir sind zwei team vorne lassen sie auf hier läuft auch einer ja ich ignoriere das wer ist denn blau Marcel naja keine platten mehr alles gut komm her komm her bei mir wiederbelebt am shop bei mir am shop wiederbelebt warte mal warte mal warte mal hier komm her bei mir steps vor mir vor mir vor mir ruhe wo wo ein dach über mir das legt ein unten k.o das ist nicht normal das game macht mich einfach nur krank was ist denn der abwehr hatten wir ja kommen da was passiert schon wieder was geht es denn gerade ollie und mikey nicht so weit wiederbelebt hier wiederbelebt auch nicht mal wieder hier treten an der halle bei mir runter gehen oder weiß manu kann wiederbeleben können wiederbeleben denn leute platten noch mal kommen reicht nicht mehr jetzt mal wiederbeleben der gegner hier schildbreak einer von denen über slow zwei leute schildbreak am einkaufswagen links daneben die häuser kann ich das irgendwie zeigen hier habe ich k.o liegt k.o obenschmarker k.o schildbreak schildbreak nichts mehr denn nicht in die verlinke kommen wir in die leute ab und zur neuen sicherheitszone gas nähert sich vergründete ausrüstungslieferung unterwegs wir waren noch gegner bei unserem einkaufswagen wir können das schilderkaufen andere kohle kann ich kaufen ich weiß halt nicht wo der von lila hin hast ne da waren mehrere noch glaube ich glaube ich nicht der ist lila war einer gewesen aber der hat vorne einen kaufen wir mal platten ein bitte so wie es geht leute haben wir nicht mehr geht nicht mehr reicht nicht mehr reicht nicht mehr wir platten kaufen ich habe jetzt zwei platten okay 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 ist okay ah pardon noch fünf 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 sechs 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 gute arbeit bisher alles hast du so ein bisschen lang links zu deiner seite aus ja nicht wirklich weil es so offen ist die gering der hier gegner bei mir an der brücke gleich mal orange orange Okay, die könnten mal abfangen, die haben es noch nicht gesehen, glaube ich. Ich bräuchte Hilfe. Mann, Udicka, bei dir sag doch halt was, Junge! Du schießt doch die ganze Zeit! Ach, Mann! Links bei uns auch. Der zieht sich hoch, der wird sich hochziehen. Nee, der ist einfach da. Vor uns, die laufen jetzt rüber. Alex, komm zurück. Einer hab ich K.O. Einer ist K.O. links. Abschluss bestätigt. Ja, die fällt hier vorne. Komm, ist hochgezogen hier einer? Mhm. Noch einer hinten. Shield Break. K.O. Noch einer links. Noch einer links. Ja, der läuft hier. Zwei. Könnt ihr mir helfen, Leute? Der ist im Gas, oder nicht? Zwei Leute sind zwei Leute. Ja, der ist im Gas. Einen hab ich rausgenommen. Einen hab ich gesehen. Ey, der ist weg. Ne. Er ist tot. Oben auf dem Berg sind welche. Ey, die ist von mir auch. Kontakt! Ja, die chillen da vorne, glaube ich, in dem Hust. Oh! Verbündeter Präsentionsluftschlag kommt! Achtung! Ich hab keine Klatten mit. Ein paar letzten Halten. Einer ist da oben noch auf dem Berg. Vorne an dem Haus sind noch ein ganzes Team hier. Äh, 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 Team sind zwei. Schöpflug. Liebe Grüße, Patrick, mein Lieber. Ich habe unser Ziel markiert. Ich steh nicht so offen da. Du stehst so offen, Manu. Hör ab da. Manu hat noch Platten. Du sollst uns weit in den anderen entfernt. Das ist gut. Macht ihr zwei. Ich bin rechts gezogen. Klaus, bei dir, Andreas. Bei dir, Klaus. Aber im Fenster drinne, Bro. Der kommt bei Marcel. Hier, bei Manu. Bei Manu. Klaus. Ein bisschen zu weit auseinander alle, glaube ich. Schade, Alter. Die Zone ist nicht für uns. Schade. Schade. Auch gut geheimt, Junge. Ärgerlich. Zwei so eine ärgerlichen Games, Alter. Auch Redgar vor allen Dingen, Alter. Der Feind hat diese Schlacht gewonnen. Aber wir haben ihn noch nicht verloren. Einer noch, Alter. Das ist ärgerlich, Leute. Trotzdem sehr gut gespielt, ihr Lieben. Das fuckt ab, ey. Immer so ne knappen Drecksrunden. Grüß dich, Maxi. Dito, mein Lieber. Wie geht's dir, Bro? Okay, bis dann. Bis dann, mein Lieber. GG, Brody. So, ich geh schnell aufs Klo. Pinkeln. Ich bin gleich wieder da. Mal gucken, wer denn am Start ist, der Süßen. Bis gleich, Herr Muddis. Ich bin gleich. Danke, Herr Muddis. Wenn mir wieder da geht, Ich bin gleich noch nicht am Start. Ich bin gleich. Es bin gleich, Herr Schuss. Wir werden da. Ich bin gleich Müll später. Und wir werden da. Und jetzt stelle Säge. Um auch zu wissen. Und jetzt finde ich es gut一個. Und jetzt wollen wir uns. Nach Ihnen ansих. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Wir haben jetzt alle mitgemacht schon mal oder zumindest Stefan hat ja heute Morgen schon mal mitgemacht. Gibt es noch jemand anderen, der schon mal mitgemacht hat heute Morgen? Gar keiner, ne? Du musst doch wissen, ob du mitgemacht hast, du eurer Kopf, Junge. Du natürlich nicht, Junge. Versuch, mach klug, mein Kleiner. Achim, ich danke dir. Brennt dir Luft, du Mongo, Alter. Ciao, ciao, Bro. Ey, warte mal kurz, was hat denn hier links rausgeklappt? Bist du irre, Junge? Alter, warte mal. 10.000, Digga, 10.000 für dich und deine Familie, Digi. Digga, Alter, bist doch irre, Bro, Alter. Oh, man, was für ein Rainbow. Digga, schon, Alter, was geht denn da los, Junge? Ey, Schnucki, Butzi, Mikey, Alter. Vielen, vielen lieben Dank, Bro, die, Alter. Fucking, Digga, 10.000 Sterne, Leute. Was geht denn da nicht richtig, Junge? Ey, mal Ehren Mike in den Chat rein, aber sowas von, Leute. Da muss richtig der Chat jetzt ficken, Alter, aber absolut, Leute. Jetzt kommen mal richtig Bomben in den Chat. Wir haben doch hier nicht so ein paar Leute, Digga. Ballert mal den Chat mit Herzen voll, was geht denn ab? Ehren Mike rein, da, aber Attacke, Mann. Vielen, vielen lieben Dank, Mike, Junge, du alter Prügelknabe, Junge. Ich hoffe, dass wir jetzt nicht nur wegen so einem letzten Treffen, Digga, Alter. Ich hab gedacht, naja, das wäre jetzt sicher nicht, ja, aber... Digga, naja, komm, scheißegal, mach mal irgendwo ein anderes Mal, Alter. Aber vielen lieben Dank, Mike, Digga, Alter. Vielen, vielen lieben Dank, Bro, die, Alter, vom Herzen, Bro, Alter. Da muss ich nachher meiner Frau mal erzählen, die ist auch schon wieder... Wie ist jetzt bei Oma und Opa? Da will ich mir ein bisschen den Umbau schaffen. Gebäde kaufen, Boden neu machen, Müll kaufen, mit dem ihr so ein richtig schönes Kinderzimmer bekommen. Alter, Mikey, wirklich fetten, fetten Dank, Bro, Alter. Und jetzt nochmal für alle, ich möchte keine Beleidigung oder Hass im Chat haben. Egal gegen wen, ob das jetzt gegen die, äh, hier, ähm, Julia ist von Dings oder sonst irgendwas. Also, das möchte ich nicht, Leute. Bei dem, Matthias, ist irgendwie, der Mikrofon immer aus der ganzen Zeit, der ne Geräusch hat, ob du da reinatmest und grad kommst, Bro. Ne, ist ja nicht schlimm, ist ja nicht schlimm, Digga. Sonst hört sich das nochmal normal an, ey. Ja, sonst, aber jetzt hier, im Stream ist es schwierig, um meine Gefühle frei laufen zu lassen, weißt du? Es ist immer nicht so einfach, aber... Du machst mich ganz traurig, ey. Äh, nein, ey, Digga, ich liebe dich, Bro. Ich liebe dich. Ja, auch mal, sehr schön, David, freu ich mich sehr, Brudichin. Nicht dafür, gerne, gerne, Leute. Ey, Mikey, nochmal wirklich einen fetten, fetten Dank. Auch Malte, vielen Dank, 100 Sterne. Digga, das ist echt unnormal, Digga. Freu ich mich richtig, richtig doll drüber, Mikey. Du kriegst definitiv noch... Du kriegst das dritte Bein, Mikey, wenn wir uns sehen. Du kriegst das dritte Bein, Mikey. Da braucht man gar nicht lange rumfaseln. Du hast es hier verdient, das dritte. Vielen, vielen lieben Dank, Bro, Alter. Vielen, vielen lieben Dank. Du hast gesagt, kein Hass gegen irgendjemanden, Leute. Wir sind keine Familie, die Hass irgendwie... Gibt's bei uns nicht. Bei uns gibt's nur... Bei uns, ja, der Jubel lag, was soll ich denn machen? Keine Ahnung, Bro. Ich hab momentan keine Zeit, da irgendwas einzustellen. Ich bin heute, ihr seht ja schon später nach Hause gekommen. Ich hab nicht mal Zeit gehabt, überhaupt den Stream rechtzeitig zu starten, weil ich Streaming zu meinen Eltern gebracht habe. Ich wohne ein bisschen weiter weg. Sebastian, auch vielen Dank für deine 100 Sterne. Nukle Hase, vielen, vielen lieben Dank, Bro. Schönen guten Abend, Michael, grüß dich. Vor einigen Leute, Alter, ich weiß nicht, Alter. Wir haben das doch gar nicht nötig, dass wir irgendwelche Leute da irgendwie... Digga, wir müssen gar keinen beleidigen, Leute. Wir haben das gar nicht nötig. Überhaupt gar nicht, gar keinen. Ey, lass die Leute doch gehen. Mann, naja, das ist traurig, Digga, dass man das von solchen Personen erst recht nie erwartet hat. Das ist unnötig einfach, Mann. Die waren mal ein Teil der Family, warum redet man das schlecht über uns jetzt? Man hat doch nie irgendwas anderes, irgendjemandem was Böses gewollt, egal wem. Aber so ist es, Leute, so ist es. So ist es, wie es ist. Da sieht man manchmal so ein bisschen, der Klügere gibt's nach, Leute. Ich heiße ja nicht umsonst kluge, ja? Ich heiße ja nicht umsonst kluge, Freunde. Hat einer das Messer geklippt, das mit dem Wurfmesser eigentlich? Da hab ich gar nicht mitgekriegt. Das wär so ein seksierer, das war richtig lol. Alex, grüß dich, na bin Mike. um was geht es denn wenn man fragen darf gar nix bro also wie was geht es ich habe gerade dann ja auch noch mal 5000 sterne raus seid ihr komplett durch oder was leute irgendwas irgendwie ich weiß warum jetzt die sterne kommen ach so jetzt macht's klick leute ich habe noch woanders einen account und zwar kann das jetzt auch sagen bei onlyfans leute und da war daniel gestern und mike relativ großzügig für die beide gang ging gestern abend ein privat chat noch auf und da ging jetzt dann auch mal der slip runter also vielen vielen dank nochmal daniel und mikey für euch gerne wieder leute für euch gerne wieder teacher onlyfans bett das fuck ihr könnt gerne mal drauf gehen abonnieren leute das war absolut unnormal der lego daniel mal irrend daniel in den chat ne 5000er bomb dude nein seien duuut gut was hier denn jetzt mann shit dude shit moment shit nein ja ja hast du mir ein bierkeitssteller höchst du ihn hoch gegen alter power go go power ranger bei uns im haus ist gar keiner oder was bei uns im viertel ne bis jetzt noch nicht naja konnte ich vom haus verfissen direkt tschau ich bin schon drin ich glaube was willst du da was ist unten drin wo unten 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 feine 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 kaputt bei uns hier oder wat ah spaß ist gut bist du eigentlich behindert im schädel aber willst du mein herz ficken oder wat digger alter der junge ist der nicht ein sauber das hat sich grad zu täuschen echt an die und die vertraue ich gar nicht mehr du kannst mich anlügen können das nicht das hat man überhaupt nicht raushört bei dir der lügt öfter der lügt öfter der merkt man ich habe eine bunker karte der lügt öfter leute ich will nicht wissen wie viele jetzt auf der seite sind auf der seite sind und die fans digger das kann nur sein das ist doch nicht so schlimm dass mein leben einkommen für mich und ob ich jetzt nun im baden gehe leute und da oben körperfrei rumlaufen mit einer badeschort oder halt da im boxershort sitze und mich da ein bisschen an der brust ficken weißt du wie ich meine wir brauchen nicht mehr viel kohle da müssen wir den körper selbst erstmal kennenlernen wollen wir müssen wir selbst anfassen berühren dann wisst ihr was ich meine brauchst du mal den nippel anlecken so ein bisschen wisst ihr ein bisschen critical da gibt es wahrscheinlich bei du streams und ich hätte sie können einkaufen immer zum shop leute die man nicht haben alles klar danke da hinten runter ist doch scheiße leute die wird schon bestimmt mehrere kisten sein wir können das probieren aber ob das wird eine übel sache jetzt hier bleibt recht zu den einkaufswagen sei lieber hin ich habe eine bunker karte ich habe einen bunker runter gehen da fliegen auch schon welche zu unserer kiste da fliegen sich überall welchen helikopter unter den was sind das für ein fach der markier was ist das im ballon warum nehmen wir den ja nicht im flieg zum einkaufswagen die eier kippe lasst uns runter im bunker gehen lasst uns im bunker runter gehen wir können die kiste von mir aus vorher holen wenn ihr euch traut ich bin ne pussy egal du musst casten da oben ist ein heli über uns ja ja sie sind es halt schon da der wichser die anderen wollen keinen bunker oder was naja gut mehr loot mehr loot für uns rucksäcke liegen hier unten noch ohne ende wir müssen aber auch hier wieder raus kommen leute rucksäcke liegen hier ohne ende noch noch mal eine drohne gefunden und dreht sie techniker liegt hier noch gasmaske wir sind über uns wir kommen ja nicht mehr wir müssen mit dem ballon wegfliegen das macht keinen sinn wir haben absolut besseren die 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 ich brauche hier unten wir finden ja noch mal die kommt wir gehen wieder einen eingang weiter kommen wir hier hoch haben wir zum einkaufswagen einkaufen bleibt immer hier nicht mehr als erstes hochschmeißen für mich hier nicht die ganze kohle leute ich wollte ich zum job ich versuche es da kommt man geht es hier drauf angst hat das heißt jemand kommt die kisten ich habe ich habe vergünstigung habe ich ich kann noch kaum ich kaufe ich noch drohen ein hier nimmt die drohne mit drohen liegen und auto kommt auto kommt auffassen doch mal den ballon drohnen sind hier das nächste mal mit ihr kommt ich habe ich habe einen drohner wir gehen hoch wir fliegen hoch nehmen die kiste nimmt eine drohne in die alle herrlotte kommt wieder rum wie bei erdmännchen attacke unter uns ist ein gegner unter uns ein einzelner wird noch versuchen unter uns zu sehen wir reden immer oben kommen noch welche müssen aufpassen nach oben es leckt bei mir zu hart leute ich bin ja was ich kann ich muss irgendwas machen nach der runde da kommt einer geflogen alex der ballon das ist ein haus drin hier im haus drin der blaue markt ist unterwegs noch irgendwelche seit der drohne haut mal raus einer von euch mit einer einer nur wo sind denn die jetzt der wo wir waren sind wir da können wir eigentlich wieder hin wenn ihr wollt leute da können wir auch hinfliegen auf das große dach erstmal drauf kriegen heute das große das große familienhaus für uns am besten kriegt sie drauf einen wiederbelebt aufs dach fliegen wenn er wollte aufs dach aufs dach aufs dach aufs dach aufs dach live mark nach oben noch nach oben drüber das kommt noch ein dass du noch andere aber noch anderes team oder eine drohne ich hab mal günstigungen drängt dann ja auto 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 kommt hilfbreaker der habe ich k.o dann lassen sie den bunker wieder her wo wir hinter uns hinter uns bunker bunker hinter uns bunker hinter uns betäubungsgranate geworfen euch betäubt k.o hinter uns hinter uns hinter uns hier hier auch ein schmarker auch ein schmarker ja ja ich glaube schon weiß es nicht ohne kaufen traue ich mich nicht ich habe dafür günstigen ich habe dafür günstigen ja 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 hinter uns ich komme eine drohne ein nimmt man die drohne mit hier hier zwei drohne drohne liegt drohne liegt nimmt die drohne mit nimmt die drohne mit nimmt die drohne mit sauber sauber hinter uns kommen auch noch welche von den häusern ich würde gerne das große haus irgendwo immer schaffen hier hin schaffen wir das da 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 ich komme mal vor uns glaube ich schon leute drohnen krebsstoff aufgebraucht rückkehr zum aufsanken links auch noch ein team links drohne raus drohne raus einer von euch bitte ich mach ja ja gut mach die verbündete feindliche drohne ist aktiv von links plattenkisten hier oben noch hier oben hier oben hier oben Kulaggzugang Ausrüstung gekennzeichnet sie sind immer noch in ihrem haus sind die noch verdammt die haben alles mitgenommen die werden gleich zum seil gehen die sind schon am seil die sind schon am seil leute die werden zum seil jetzt hier zu hoch wir sind darunter bei uns die posten alex bei mir die martin 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 zugang die kommen jetzt davon vor uns auch glaube ich aber ein team noch über links lang am bunker unten lang oder wo wir mal hin unter euch unter euch unter euch unter euch unter euch mal die unterrichtung hat die kompeten hoch der slow ihr könnt im frischen der sind raus er kommt ja so übel zu oder der kommt ich müsste jetzt haben ich sehe ihn nicht mehr oben oben über euch ich treffe nichts ich treffe nichts hier geht das winden der ist eben slow digger der dud das war es jetzt glaube ich ich weiß nicht wir müssen über links irgendwie ja das wird schwierig jetzt gerade ich versuche über links zu moomen wir sind für alle öffnen digger ich weiß nicht wird es schwierig ich versuche über links zu boomen zum seil irgendwie er fliegt halt nicht der fett sagt er fliegt einfach nicht das ist nass mann alter ansehen mein lieber 50 sterne schubelhase leute ich check gleich ein chat ableute seid mir nicht böse aber absolut intensiv das game ich habe immer so ein fettet rohner hose digger und das lack drum wie speise das game heute man ihr seht ich habe jede runde immer um die 10 15 gilt es trotzdem macht das überhaupt kein bock weil es nur rumlack digger einfach nur leckt wir haben überhaupt eine kommunikation super gemacht wohin wollen wir leute ich weiß es nicht zeig mal her was hat man überhaupt hier ja links hoch ich weiß es nicht ich weiß es echt nicht wir sind viel zu offen grad schießt nicht schießt nicht ok die schießt auf uns schießt ich hab nicht mal ein ding ich hab nicht mal ne spritze drinnen das war schon wieder von wie so sexy ist das er ist weg ja komm ich seh die da ja er müsste jetzt irgendwie sterben hoffe ich doch er ist im haus live marker wir fliegen auf dem berg runter die fliegen vor uns runter scheiß erstmal fliegen wir müssen ja wir ziehen uns von oben ab eben jetzt von oben kann auch sein live marker das ist hinten auf dem berg hier oben ich hab 5 in der nähe alles gut ich hab das war nix die schießen vor uns schießen die die schießen vor uns irgendwo die sind da oben sind die die sind die sind die sind ja 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 links die fighten mit denen bringt aber nix da zu fighten wir werden da niemals hoch kommen wir werden niemals hoch kommen irgendwie wir müssen irgendwie rechts auf mich da unten live marker live marker ja hab nicht wir müssen hier wir lassen schon und 要 oben land haben es ihn joining ich bin weg Matthias, grüß dich, Bro. Nikolai, Martin, schönen guten Abend. Pass auf, da fliegt ein Auto, Matthias, da unten. Da fliegt ein Auto? Ist ja auch geil. Die Halle ist nicht drinnen, dann lass die Häuser hier erstmal oben wieder rein oder so. Orange Marker versuchen, ich weiß nicht ob da welche sind, keine Ahnung Leute, ich komme aber jetzt damit runter. Ich stehe erstmal hier, noch Platte drauf. Die sind von der Kiste. Hast du ungelootet? Präzi, Präzi, Präzi. Die sind voll, gegenüber dem Haus sind die. Hier drinnen. Der hat mich abgesnipet, ich bin K.O., ich bin aber safe. Gegenüber dem Haus, mein Einkaufswagen. Ich komme schon. Ich aim ab, ich aim ab. Ist so weit weg. Ja, der hat ein paar Hits direkt. Leute, belebt mich einer wieder, oder? Ich komme runter, Alex. So. Die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen, die kommen. Die kommen, die kommen, die kommen. Der Schild direkt, der ist drinnen. Der bin ich nicht. Du bist jetzt im Kulan. Überlebe, um erneut eingesetzt zu werden. Wo sind die? Ich komme wieder, keine Frage. Ah, Mann. Hier ist er, der hat sich jetzt nicht mit, Alter. Haus ist voll, Alex. Live-Marker. Vielen Dank, Matti, für deine 500 Sterne, Digi. Vielen lieben Dank nochmal für die 50 Sterne Schnuckelhasen, Alter. Einen dicken Schmerz. Schön, dass ihr da seid, Familie. Schön, dass ihr da seid. Ja, die machen sie ja hier gerade. Die Kiste holen, oder nicht? Das Gas ist hier auf den Kersen. Das Haus unten voll, wo wir eben waren, Alex, ne? Ich bin's nicht mehr, ich muss doch Kiste hin. Ja, anders geht's eh nicht, Scheiß, egal. Das ist ja ohnehin zu Ende. Feindliche Drohne ist aktiv. Vor mir, Digga, vor mir, vor mir. Die rennen in Berco. Die sind vor uns, die sind vor uns. Die kommen schon rumgerannt, Digga. Die kommen rumgerannt schon hinten. Das war's. Das war's. Hier kommen die Anderen. Keine Muni, nix. Oh, da ist noch einer. Das ist das Problem. Was war's, Bro? Granate ist raus! Noch nicht. Nein, die kommen genau vor uns, Digga. Ich bin nicht froh. Schockert auch nix. Schockert gar nix, ich schwind da rein. Boah, ja, komm. Ich bin halt da hinten gestern. Mit Schlagsensor. Der weiß nicht, wie du bist. Das Gas breitet sich aus. Ich werde mich rächen. Ich war noch im Spiel, Leute. Ach so. Sorry, Alter. Schatzi, ich hab's gar nicht mitgekriegt. Ja, natürlich nicht. Spaß beiseite, Alter. Hütten machen. Scheiß, Brudi. Eigerlich, Leute. Immer so knappe Scheißrunden, Junge. Das ist echt. Ich kann heulen, Alter. Dankeschön, Marcel, mein Lieber. Vielen, vielen lieben Dank, Brudichin, Alter. Vielen Dank, Marcel. Kleine für eine 50 Stelle, mein Sonnenschein. Vielen, vielen lieben Dank, Marcel, John, für deine 100 Ständer, Hamudi, Brudi. Vielen lieben Dank, Marcel. Ey, du hast nach für 500 Ständer. Schön, dass du wieder am Start bist. Brudichin, vielen lieben Dank, Sonnenschein. Schön, dass ihr wieder da seid. Vielen, vielen lieben Dank für euren Support. und schönen guten Abend an die Family, Hamudis. Bier is da, ja. Wie findest du die KGM? Gut. Gut. Nee, hab ich nicht, Stefan. Hä? Kann man den noch spielen? Ich hab die jetzt mal zur Runde gespielt, nochmal. Ja, hab ich auch mal gespielt. Okay. Ist nur gut. ähm mp40 wie liegt in welcher kombination die mp40 jetzt zocke guck mal die hier mit rein alter mp40 schmarrner lag halt schon in dem scheiß verhurten ding hier vorne müßere stimmung ist hier gleich meine freunde es leckt schon im menü die ganze zeit rum ich wünsche euch auch noch schönen abend vielen dank für die runden wie ist denn die die uns steif die lakten im menü so wie ich heute einfach noch mal neu ich hab zwei heute vormittag schon so digi ich glaub ich hab nichts mit den chainern zu tun egal ich kann es noch mal probieren aber ich hab mir die tage auch mal mw2 vorbestellt alex naja gönnjörg wird noch besser werden als dieses game jetzt hier gerade ja ich bin mal gespannt ich verviere jetzt einfach mal die lss kurz auf qualität und gucken mal ob das jetzt besser wird du weißt nicht überhaupt hier drin ne das will man die die mitgespielt haben anscheinend kommt da keiner oder was leute gleich mal da mal gucken wir dann bis dann am start ist okay ja 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 Untertitelung des ZDF, 2020 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 können wir machen ja ich bin jetzt noch rechts vielleicht kommen das geld ist vielleicht noch nicht hat ihr dann geht ja ich kann nichts machen ich habe nichts machen die leute hier und das geht dann in das geld ich komme ohne tauchen ja ja natürlich kann die heute kommen schießt doch mal drauf auf die mann let's go hinter uns hinter uns hinter uns drohne hinter uns der hat doch schon einen roten punkt jetzt musst du erst mal ist alles gut passt schon ist nur ein spiel ja wenn ich jetzt verliere leute dann könnte alena wieder zocken ich bleibe jetzt auch noch ein bisschen jetzt aber so es ist zeitsoldat mach sie fertig jetzt rausgegangen er stand am sport und ist raus die ganze zeit unterschied ob ich den unterschied die sind da unten wir sind an der kiste und nicht etwas bringen wir können es probieren sonst immer neustadt würde ich sagen aber das ist nicht ich muss mal runter gucken ob genau da oben drauf sind da sind genau da oben drauf die werden aber beschossen von einem anderen team hat einmal kurz glaube ich muss einer noch obendrauf oder eine ich seh es nicht jetzt rennt das halt nicht wenn die berurten willo geben wir das lego alter nee wir müssen weg wir gehen weg wir gehen wir anders in den loop weil irgendetwas anderes macht keinen sinn wir haben aber auch nicht wirklich irgendwas doch hier im effekt ist aber scheiße digga wir müssen mal versuchen leute hier zu looten bei runaway blau wenn da einer ist dann gehen wir raus mal auf eine neue runde wir brauchen jetzt nicht ewig durch ihn zu blitzen wollen wir mal hier oben hin versuchen gucken oder was meint ihr die ballern auch schon die ballern auf dem hedi digga die sind hier sind die hier noch ein anderer loot und wo denn ja er ist nicht links sind am zelt ich hab ein ko ahja die pushen mich die sind bei mich raus beide pass auf alle sie kommen jetzt hier am zelt dunkle weg weg schmeiß granate dann hab ich ko wo andere team von rechts jawohl danke für euremle ciao jetzt hoffentlich sagt er gerade nicht wer hat denn da markiert wer werden da runter spaß digga alter kann doch keiner aus der video keine ahnung ja da fühl dich allerdings war einer der eier hat der lisi bros ist richtig nochmal neu das ist nicht Unterschied zwischen lauch und broccoli kenn ich nicht digga ich weiß nicht was Gemüse noch ist hab ich dann nicht auseinanders mit gesetzt das ist alles grün digga ich hatte immer Gemüseverbot früher ich habe immer alles was Gemüse war Broccoli und Lauch immer aus Schokolade gekriegt quasi Böse braucht so die klasse abjagen nicht wie sie überhaupt mischt Alles was grün ist Das hört bloß auf jetzt weiter zu denken bitte Das zweite Satz war beendet Das ist jetzt schon wieder zu hoch Manche sind überqualifiziert Und manche tatsächlich unterqualifiziert Und durch einen Teil denken Wie ich dazu gehöre, dann möchte man auch nicht drüber reden Aber das war nicht immer einfach Das war nicht immer einfach Ich habe schon ein paar TikTok-Videos wieder in Angriff Das sind so Dinger, die provozieren mich so hart Die muss ich machen Da gucke ich nebenbei so ein Video Das provoziert mich so extrem Und macht mich so sauernd lustig Da muss ich eine Parodie draußen machen Da muss ich definitiv dasselbe Video machen Und das geht gar nicht weg Ich verstehe das nicht Ach das verstehe ich nicht, gefühle ich nicht Gendern, wir gendern jetzt hier ein bisschen rum Ich werde TikTok-ist-gehirn waschen irgendwie Ach wir sind nicht generell einfach Blöd und pur Obwohl Live-Hacks gibt es ja auch bei Judo Was da für Challenges manchmal gibt, die sind total bescheuert Na ja Judo, ich meine Der war das übern TikTok in der ganzen Blattwunde Der war doch nicht sauber oder was? Ja Der kill den Okay dann halt jetzt nicht peak, machen wir Starage oder? Die Ansage kommt Starage Schauen wir mal klar Zurade Genug geübt Jetzt beginnt der richtige Kampf Duut Ach Digga Was weiß ich noch, Digga Was weiß ich noch, Digga Was weiß ich noch, Digga Ich hab das jetzt ernst hier nochmal Weil jetzt reicht es aber, Digga Ich bin langsam nur ein bisschen down, Mutti Ich bin langsam nur ein bisschen down mittlerweile Ich war im Wechselwachen, ich war im Beamwachen Und dann irgendwann um neuner fängt die mich an immer zu ruhen wie in eurem Schwein Auto 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 Er kann jetzt endlich mit dem A3 Rad oder wie das ist, also vier Räder aber Er hat jetzt endlich mal den Griff, dass er sich drauf sitzen muss und mit den Beinen abstützen muss Er ist mit den Dingen bis jetzt immer nur rumgelaufen im Stehen Ich hab das hingekriegt, der ist nur am Rasen Wie ein irre Schwein, macht der immer Bei den Gelddingen? Wer hat denn da markiert von euch? Ich weiß nicht, ich weiß nicht Und da da jetzt äh Da ist er drauf da Ja ich auch nicht Ja wahrscheinlich ist der Lehn hier oben, oder? Ist echt keiner mitgekommen? Ne Dann verbisst du euch von meinem Haus, dann machst du da oben drauf, sagen wir mal hast du Lucky saufen oder Witt? Bin ich mal laut, Junge? Warte einen Moment Drei Zwei, so Floss Lava Ist gehört Aber sicher nicht Wundert mich echt, dass keiner mitgekommen ist, die Kiste ist weg oder nicht? Die Kiste ist weg, oder? Ja Ja Die werden gleich zu uns kommen, ihr werdet gleich die Überraschungsangriff merken Feindliches Thema Ja Das ist Orange, das ist Orange, ihr müsst jetzt wirklich aufpassen Leute, ihr müsst aufpassen Wer ich? Oh, ich auch noch, ey Gell? Gell? Egal, keinem bis jetzt, ey Die gehen weg? Ja Bei Powerplans sind's so War der schon hinten looten bei Orange, Leute? Feindliche Drohne Feindliche Drohne Feindliche Drohne Dann haben sie lieber rechts gekauft haben Da waren auch schon welche im Restaurant, wo werden die Hinder-Mudis? Was? Ich war hier dran Ich war bei dem Tankstellenbinder Ihr wollt ja schon über die Häuser looten hier, wo ich bin, oder was? Ich hab' noch Kiste Wir haben Geld zusammen, wir haben Geld zusammen Ich hab' nen Shop gefunden zum Werfen Oh, perfekt Das Gas ist hier auf den Fersen Warte, hast die aber jetzt kommen, die haben eine Drohne irgendwo rausgekloppt vorhin Die kommen über uns, über uns, die sind mit den Seiden hochgezogen Die sind über uns, oder? Verbündete Ausrüstungslieferung unterwegs Beim großen Gebäude Über uns Über uns, Sinti Alle sind in der Sicherheitszone Ja, meine Scheiße Warum? Feindliche Drohne ist aktiv Wo, 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 wo Über uns, der kommt rein, seitlich, der kommt rein, der ist close, der ist close Der bei mir Stark Noch einer Close, 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 Alex No, 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 bei mir, ich hab' Pfeffer eben, Bro Oh, Alter, was ist denn jetzt halt Der jetzt kommt, er Bei mir Sauber Close Bei mir, bei mir Ich bin tot Hau ab Bei mir close Da war auch auf jeden Fall meine Runde gerade Ist nicht gefühlt, Alter Wenn du überlebst, erhältst du die Freiheit Eine mache ich dann noch, Jenny Eine Runde danach, dann bin ich aber weg Oha Komm, Mann Ich bevorzuge Steine Ich bevorzuge Steine Dein Teammitglied hat versagt Wurde zur Basis zurückgeschickt Ein Kampf hat begonnen Jetzt bist du dran Bereit machen Hö Hö Cooler Dann mach nochmal Mach mal, komm Du verlierst, war's das Es ist Zeit, Soldat Mach sie fertig Dann geht ein anderer runter Siehst du Uh, kurz Hier, was? Ja Wie lange? Hehehehe Bote Arbeit Sieht gut aus, oder? Auf den ersten Blick Mhm Ja Stop, Guys Scheiße, wie heute Ich bin jetzt mal am Rennen Jetzt wie eine Bitch, Digga Ich snipe die ganze Zeit mit Fighten irgendwie Ja, ja, höre ich Lass mal irgendwie wegkommen Ein bisschen Looten Ein bisschen Kohle machen noch Hast du auch gehört Haben wir genug, ne? Ja Latten hier Auch was Mal Geld zusammen droppen, Leute In der Mitte hier Mal Geld raus, Leute Seid ja, wir sind jetzt schon noch im Shop oder? Aber okay Ich sehe Geld Ja, da kann ich ja Die ist komplett greschieb'n, oder? Sie sind doch hin und her und die nicht ja Kino zur Kiste schnell, okay? Versuch dein Glück, ja Es laggt, oh man. Oh, ein Gulag-Zugang, ey. Ganz, ganz wichtig, Junge. Brauchst du an der Käse dran, oder was? Ja. Ausrüstung markiert. Ist die Plattenbox noch da irgendwie? Ich weiß nicht, hat die die gedroppt überhaupt? Ja, da noch, glaube ich, ja. Das Garten kommt näher. Neue Sicherheit, zusätzliche Machinär-Ausrüstung. Ist die jetzt hier droppt die Plattenkiste, oder was? Warte, 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 komm. Ja, außer, warte mal. Da ist noch ein Kopfgeld. Soll ich das Käptfeld annehmen? Ja, ja, ja. Kopfgeldziel aktiv. Sofort ausschalten. Ich weiß nicht, wie es kommt gleich, wir müssen mal zum Seil irgendwie versuchen hinzukommen. Ja. Ein bisschen zum Seil irgendwie versuchen zu kommen. Ja. Seht man da irgendwas? Sind da irgendwo welche? Hm, hm. Vögel fliegen links oben weg. Also ich habe jetzt keinen Geist, ne? Ich auch nicht, bis jetzt. Ich habe hier eine Kiste, muss gut mit Overkill. Das Gas breitet sich aus. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Wundervoll. Okay. Eine Drohne kaufen, gerade aus Zugangsshop irgendwo. Wollen wir nicht zu unserer Kiste probieren? Können wir auch mal mit dem Seil. Ist man eine Drohne kaufen oder nicht, oder meinst du nicht? Ich glaube nicht, dass die da sind. Lass uns doch eben, ich weiß nicht. Ich kann auch Drohne Kopfgeld holen, ich weiß doch selber nicht, Leute, was richtig ist, Leute. Gebt mir mal Geld, ihr könnt schon mal zur Kiste probieren, ich kaufe eine Drohne ein. Gebt Geld raus, komm. Schnell, 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 Leute, wir stehen zu lange an einer Stelle rum. Wir sind mal zum Ding, ich komme gleich nach. Man muss Selfie kaufen, dann machen wir auch jetzt, was der macht. Natürlich, und tschüss, Leute. Ne, ich mach jetzt. Das ist ein Gegner bei der Kiste, ein Gegner. Das ist eine Tatsache. Minimap. Ja. Wir gucken mal rechts irgendwie weg. Da fliegt einer runter. Livemarker. Ich denke, dass wir noch wenigstens an die Geist haben. Wir müssen aufpassen, Leute. Hinten auch einer Livemarker. Die falten da, das ist ein anderes Team, ne? Die falten da. Und sei hinten da oben auf dem Berg drauf, oder kriegen wir das Team, oder nicht? Die schießen auch vom Berg runter, die schießen auch vom Berg runter. Kein Sinn dahin zu gehen. Aber wo wollen wir sonst hin? Gehst du jetzt? Weiß ich nicht, guck erst mal ein bisschen. Weiß ich, wenn wir sonst wollen. Haben wir irgendwo einen Auftrag, oder nicht? Der einzige, der ist hier, wo ich gerade eben gewesen bin. Aber ich wollte da nicht auf dem Feld laufen. Also, Basti, grüß dich, Sebastian, Stefan, Navin, Raphael. Kann man da hinten denn zum Kopf getauftragt, da hinten, oder wird? Ja. Mach mal. Ich komme jetzt zu uns. Das kann auch sein. Seht ihr irgendwas oben am Dach nach links? Wo die Kiste steht? Ja, oben sehe ich hier einen Life-Marker. Das ist einer. Er merkt noch. Aber weiter weg, oder? Kontakt mit der Infanterie. Ja. Dann zum Kopfgeld kriegen, oder, Leute? So langweilig, sonst... Hab den. Sauber. Du musst gleich einen Sniper kriegen. Warte ab. Er hat gute Hits da oben, Life-Marker. Aber wir haben einen 9-9, ne? Weiß ich nicht. Wohnen kaufen am Shop in Richtung Kopfgeld, oder nicht? Infanterieziel entdeckt. Life-Marker. Ja. Ja. Dann. Fertig. Da laufen irgendwie so ein paar Assis, Alter. Lass uns zum Kopfgeld ja Moven jetzt hier, Digga. Ohne beginnt Überflug. Auch viele Ghost haben, Digga. Ist ja auch nicht so, dass jetzt hier... Ja. Digga, ich weiß nicht, Alter. Ich bin mich gerade nicht sicher, überall. Die sind die ganze Zeit an der einen Stelle, Digga. Die bewegen sich kein Stück in den Bunker da unten, oder was? Die machen Stellung zu kriegen. Bleibt man bei der Ruine, kommt man nicht hinterher geflogen. Digga, nicht, dass ich gleich tot bin. Dann sind alle tot. Sind doch noch die, oder was? Willst du mich rollen? Alter, leck mich doch, Bro. Wir müssen in die Zone rein, mit dem Seil. Zu dem Seil fliegen, würde ich eigentlich nicht ehrlich, wenn wir bis dahin noch kommen sollten, überhaupt. Ich glaub, die werden auch zum Seil jetzt Moven wollen. Hundertprozentig, die werden zum Seil kommen wollen. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet. Alter. Das Kopfgeldziel ist ausgeschaltet, schon wieder. Wir werden rechts kommen, pass auf, Leute. Die werden schon ein bisschen close bei uns irgendwo sein. Geht nicht so lange immer still an der Ecke. Der Gambler sagt noch nix. Dann ab zum Seil. Wir können noch Ghosts haben. Was? Ich weiß nicht, es geht nicht. Jetzt zieh dir die Hose am fetten Dreckigen. Kadaver, Junge. Ne, 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 wir fliegen recht zu dem Seil, Leute. Rechts, 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 hier. Achso. Okay, gut. Kann man auf den Kopf gehen. Kann natürlich sein, dass man hier abgesnipet werden. Luise Marcel! Ich weiß nicht, was die alle machen, Digga. Johnson Team ist immer eh gleich daut. Wo ist der Typ? Das Drucker ist weg. Okay, okay, okay. Geh hier runter. M-Street. Hier ist ungelootet. Du hast noch ein Selfie? Ich will. Live Marker rennen, so. Ja, ja, ich seh ich, ich seh ich, ich seh ich. Es ist jetzt oben ein Fenster drin, ne? Gute Hilfs gekriegt. Da kann man bestimmt jetzt rechts rüber gerannt aufpassen. Ja, ja, ja. Da hinten. Live Marker. Ein Fenster drin, Alex hier. Ich weiß nicht, dass einer mal zum Haus gleich kommt. Hier bei mir. Bei mir sind wir hier drinnen. Ach, schieß nicht. Dann hab ich K.O. Super. Was sollen wir pushen jetzt? Jetzt verobert im Haus rechts neben dir blau. Einen hatte ich. Ich hab so einen Ballon, wenn es ist. Leckt. Die einen Seite ein Offensieger von mir. 20 Meter in diese Richtung. 20 Meter in diese Richtung. 20 Meter von mir. Hinten fascht einer Lightmarker. Am Fenster um. Oh, Mann. Wir haben beschossen mit einem anderen Team noch. Das ist Lilla. Lilla, bei dir close. Bei dir close. Seinliche Drohne ist aktiv. Einer rennt drüber. Hat war jetzt gekriegt. Hier, Live Marker. Grüne Marker. Aufpassen, 19 Läner kommen. Einen bei Michi ab. Michi ist genau close bei Michi, glaub ich. Okay. Zwei hab ich. Sind wir zu müde, Alter. Lass doch da mal. Jetzt laufen. Warte rein, schau. Wo sind denn die nun alle? Grüne Marker, ist da noch was drin, Alex. Sauber. Noch ein paar mehr sein, oder? Ja. Gern wo hochkommen, war's das, Alter. Könnt ihr mich noch lösen? Aber nicht mehr, Alter. Immer noch in dem Haus drin, Leute. Ja, ja. Reiß das Haus. Könnt ihr den mal beschäftigen? Kann man versuchen. Ja, ich guck da hin. Hinten Live Marker? Da ist dein Feind. Frauen im Haus, vorm Frauen im Haus, Anna. Müssen nach rechts nehmen, jetzt glaub ich close gucken, oder? Meinst du nicht? Können wir auch mal gucken? Sind die da genau hinter dem Haus, im Haus drin? Die wird nix. Doch nicht. Müssen jetzt genauso move'n wie wir. Hinten Live Marker, Live Marker. Da steht hinten beim großen Haus, da grad aus. Das Gas ist hier auf den Fersen. Wir wollen, wie wir es hier weg kommen. Na, bei's. Enten Live Marker, grüner Marker. Ich hab keine Platten mehr. Erst einmal eine. Danke, Alex. Willst du doch Airpods rüber suchen? Ich weiß es nicht, keine Ahnung, Leute. Ich hab keine Planen. Da falten sie auch irgendwo vor uns, ne? Was soll ich machen? Wir sind überall in die. Aber das ist ja ne D nicht richtig. Ich schaff's nochmal. Ich muss unten rumlaufen. War's, Leute, glaub ich. Von rechts abgesnaped. Gründer Marker. Habt mich. Schildbreaker, der. Ja, gründer Marker da hinten. Irgendwo. Komm in die Mauer. Danke. Schnell die Platte. Wer kommt, wer kommt, wer kommt. Die hinten haben uns Hitler und sind hier rausgerannt. Keine Muni mehr. Schildwerk links neben uns. Danke. Nein. Nein. Warum muss er diesen Move jetzt machen, Alter. Schocken. Keine Platten mehr. Ich stell die Scheiße aus. Wir kommen. Close, Alex. Geh raus. Feinde landen im Einsatz gegen ihn. Schmack sie hoch. Hinter. Ähm. Ja. Ja. Er ist gestorben. Das war's. Ich geh raus. Wo sind die? Vor uns überall. Vor uns überall. Jo. Was willst du denn machen, Digga? Ich bin auch bloß ein Mensch. Ich seh hier nix, Digga. Ich glaub einfach Menschen. Wer, 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 wer. Na von mir close. Ich kann nix machen. Ich bin tot. Weizelten von, Digga. Leg, zu heftig, Bro. Beide Platz Lystons, Nefahrer. Ja, war klar, da oben, dass du da nicht allein bist. Ich wär im Flugzeug noch mitgeflogen. Du wirst nicht, oder was sagst du? Was? Du wirst noch mitgeflogen, oder was? Du bist noch nicht gekommen, hier zu rufen. Ja, ich wusste, dass du... Das sind die besten 25, fast an der Spitze. Ja, das war's. Eingekauft, ja, bei dir. Keine Platten, kein gar nichts. Weiß denn, also... Dankeschön, mein Geh. Merk, gut, schade, gut, schade. Ich kann dir eine Hilfe, Schnecki. Good morning. Good morning. Das war so was von, du brauchst ja nicht zu mir laufen, die kommen gleich alle in den Mann, Digga. Ja, ich höre dich schon links. Feinde landen im Einsatzgebiet. Überall, Bro. Sauber, mehrere noch. Bei mir, genau, bei mir, mehrere Leute. Oben, drüber. Landen lang, die laufen bei mir vorbei, die kommen zu dir. Und wieder rein bei mir. Was komplett, Digga. Alter, von hinten. Links in dem Haus. Von links, ja. Kommen Sie. Von hinten. Bei dir am Fenster, glaube ich schon. Ich bin auch schon down, eine Runde meint, aber nicht weg. Gleich wieder da. Das kann ich hier schon mal mitnehmen. Lasschen fahren, Dudes. Ärgerlich, Leute, ärgerlich. Also laut meinem Schaden habe ich auch keinen Kill. Der liegt am Operator, aber ich muss ja den mal wechseln, du. Ein von der Tankstelle, ja. Untertitelung. Hallo. Hallo Jenny. Guten Abend. Was ich Haus? Neh oder? Neh. Haha. Ja ja. So ist das. Ja ja. Ja ja. So ist das. Ja ja. So ist das. Ja ja. Wie einfach du oder wenn du nur du bist. Was? Na dann. Ich hab sie verirrt und was. Entschuldigung. Ich hab wahrscheinlich schon was. Ich hab nicht von mir, das kannst du vergessen. Jetzt geht's engel. Nee. Shut up. Abend. Guten Abend. Hi. So dann mach ich schon was. Dann gute Runden nochmal. Ja geht alle raus. Alles klar Leute. Ich wünsch dir noch einen schönen Abend. Und viel mit ihm danke die Runden nach Moody's. Alles klar. Bis morgen. Moment, muss ich raus? Warte mal. Wer muss denn jetzt alles gehen? Ja. Ja. Na wenn jetzt quasi Cardi und äh. Spotmonster rollen im Chat, dann kann der rausgehen in die kleinste Zahnat. Wenn jetzt äh. Ja. Ich muss rollen oder was? Na du musst nicht. Du kannst entweder rollen oder mitspielen willst und Cardi hofer ja schon eine Runde mitgemacht hat und wer die kleinste Zahnat geht raus. Du sagst halt einfach. Komm Cardi geht raus. Du gehst. Machst du eh immer mit. Okay. Gentlemen. Geil. Feier dich absolut gut. Wollt grad sagen. Du machst so ein Gentleman und sagst Cardi und Cardi geh raus. Ich werd absolut geil. Digga. Was ist denn da los Junge? Na los. Dann rollt mal den Chat Attacke Leute. Ich will jetzt eigentlich schon Feierabend machen hier. Feierabend wie das duftet. Grüß erstmal Jenny. Hallo. 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 Was hab ich? War ja auch nicht großer. Aber ruhig ja dich mal ein bisschen. Sag ich mal her da. Eine 27. Kathi. Ui. Ich könnte kritisch werden. sagen Alter. Hm. Hm. Cardi hat die 27. Cardi hat die 69. Nee ist. Toni ist der. Hm. Ich bin doch nicht Toni. Ich bin doch nicht Toni. Habe ich gesagt, dass du Toni bist oder was? Ich bin Toni. Nee. Leute bitte nur die Rollen, die Erlaubnis haben. Ah Moody's. Wer ist denn Toni? Bist du Toni? Jetzt kommt man so. Du bist doch Stefan Junge. Dann bist du Moral. Ja ja. Ich hab jetzt noch mal gemacht. Und willst du noch rausziehen? Du hast eine kleinere Zahl oder was? Haben wir ja auch keine Zahl an. Ich merke hier ging grad Freundschaften in die Brüche Leute. Ich wollte euch nicht zu nahe drehen mit dem Rollen gerade. Einfach nur letzte Runde starten. Nein. Wollte ich gerade nicht. Okay. Also. Soll ich jetzt nochmal rollen jetzt oder? Wieso willst du nochmal rollen? Bei Stefan kommt keine Zahl. Was ist denn da los bei dir Stefan Digga? Ich hab 28. Weiß ich nicht. Marc. Hä? Wieso kommt bei mir nix? Das ist merkwürdig Digi. Würde ich mir mal Gedanken drüber machen. Das ist komisch. Kann ich mir die Zahl ja aussuchen oder? Tja. Oder ich roll für dich. Mach mal. Komm mach mal. Mach mal. Roll ich jetzt Leute. So. Bin jetzt jemand wieder so an. Da hier. R. O. L. 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 Ach man jetzt, du Leute, Alter, ich werde gar nicht starten, wieso nicht, ich mache das unter euch aus, ich habe keinen Bock, dass ich nachher fuhre. Na ja, dann gehe ich raus, alles gut. Sicher, du auch nicht, dass ich eine Hass-Nachrichten kriege, Stefan, da muss ich aufpassen, oder? Na ja, dann bleiben wir dann, alles klar, bis dann, ne? Bleiben wir nachher, boah. Vielen lieben Dank, Bro. Du siehst, da ist ein Gentleman hier, du. Ein Gentleman. Gute Nacht, Christian, schlaf gut. Mann. Das war jetzt auch eine schwere Geburt hier, Alter. Bei mir kommt unnicht, oder was ist denn da nicht richtig, Alter? Was steht denn da überhaupt? Gentleman. Ja. Stefan macht gerade so traurige Musik an zu Hause. Stefan, Alter. Dieser Demotischer, Junge. Nur weil die Weiber-Titten haben, lässt du die spielen. Den supporte ich nicht mehr. Bro, ich kenne nichts, der Fehler sagt, ich in den Teil kam. Hier, ohne, wenn mir nichts kommt, Leute, ich verstehe es nicht. Ja, Muddys. Das Glück ist mit dem Tisch ticken. Na, aber hallo. Ich habe kein Glück gehabt. Das ist ein Beispiel. Danke, ciao. Ciao, Kakao. Das ist schon mal O-Saft mit Cola getrunken, kann man das machen, weil ich habe jetzt besser so einen kleinen Schluck drin und ein Schluck Cola. Ja, das macht aber keinen Sinn, einen einzelnen Schluck draus zu machen, deswegen machen wir jetzt Orange-Kiss-Cola, Max-O-Mets-Dude, hallo. Wenn du den Gin da machst, schmeißt es doch besser. Hallo. Gin ist im Güterring, erst mal. Ganz weit hinten, einfach. Der muss erst mal wieder ein bisschen runterkommen, ja, Gin. Na, wenn, David, grüß dich. Ja, aber, was soll ich denn machen? Ich habe letztens für den Gin, wo du mal trinken tust, ein Gesinner ist Neptuner. Kennst du den? Nee. Arielle, aber. Nicht mehr Jungfrau. Nicht mehr Jungfrau, die Arielle. Die ist aber nicht mehr mein Jungfrau, die ist ja Arielle. Kupanito, grüße. Hallo, hallo, liebe Grüße an die T-Wars von Melle aus. Liebe Grüße zurück, Melle. Kann man auch öfter mitspielen, wenn kein anderer reinkommt, ansonsten wird immer jedes Mal gewechselt, aber wenn der Andrang nicht so groß ist, dann kannst du auch noch mal mitspielen, mein Lieber. Was ist denn jetzt mit der Runde los? Ich wollte einfach nur die letzte Runde machen, vor 20 Minuten ungefähr. Einfach nur die letzte Runde starten. Verstehe dich, warum das jetzt immer nicht losgeht. Macht euch immer keinen Sinn hier. Leckt dann nur rum mit dem kackten Game, du. Ich glaube, wir haben noch eine Runde MP5 und eine Runde M13. So. Grüße, KFC, mein Lieber. Hallo, hallo, dude. Das geht nicht los, ich weiß nicht, muss ich noch mal neu suchen oder halt. Mal kurz noch warten. Mein Nier. Everking's da auch. Mach mal ein Warten, oder? Haben wir jetzt 24 bis 26, warten wir, sonst starten wir mal neu. Hm. Da läuft der Lachs. Da läuft der Hase. Wir müssen ja echt mal langsam Minispiele einführen bei den Wartezeiten, irgendwelche Minigames. Oh, jetzt, okay, hab nix gesagt. Snake oder so. Ja, Snake oder Pac-Man oder irgendeine Kacke, Digga. Der Snake, glaube ich, echt geil. Oder Tetris, da kannst du schön das Viereck drehen. Boah, da dreh ich ab, Digga, da dreh ich ab. Wenn ich den Stein nicht da hinkriege, raste ich richtig, Alter. Tetris, ey, was. Digga, ich war die Schlange, könnt ihr mir glauben. Ich war die Schlange. Snake, Rekordebrecher, ja, der T-Shirt, also. Ihr braucht euch nicht anlegen. Wir müssen anfangen haben, die ganze dick Wingetöne rund zu schicken. Überprüft eure Ausrüstung und Wacht. Warum sagst du das jetzt, Stefan, Diggi? Das weiß ich doch nicht, Bro. Das weiß ich doch nicht. Das ist in die dritte Runde, Kati, ja? Das weiß ich doch nicht. Mach ich drauf geachtet, Leute. Jo. Was machst du denn in deinem Mund nicht in der Lobby auf, Junge? Hätt mir das doch viel schneller geklärt, du Eierals, Junge. Boah, die Runde, wo wir vorhin nochmal neu gestartet haben, die zieht ja nicht als Runde, das mach ich mit allen so, Leute, wenn die Runde am Anfang scheiße war. Aber ansonsten, wenn sie drei Runden hatte, natürlich, wenn sie es nur dran kommen müssen. Ich will es doch auch bloß nicht, Bro. Deswegen frage ich jedes Mal. Genug geübt. Jetzt mit dem herrschlichen Kampf. Alles gut, ich schau trotzdem gar nicht zu. Support ist weg, du Asitici. Unsoziales Schwein, was er gleich schreiben würde. Komm gleich wieder die präubaten Nachrichten von dir, Stefan. Das wird wohl nichts mit unserem Gaming-Room, wa? Ey, ihr könnt markieren, könnt markieren hier irgendwas. Ich bin's leid zu entscheiden. Ich bin immer der scheiß Asi. Ich bin's für eine Runde. Ich schwörte voran, dass ich mir finalist noch nirgends Schock da habe. Markiere einen Einstiegspunkt für dein Team. Du flügt hier an. Achtung, das Gas breitet sich aus. Zur Sicherheitszone in. Oh, da kommen wir in dem Fall ein paar Leute mit, Leute. Ich würde sagen, lasst uns erstmal auf das Vordach hier links oben drauf. Da kommt safe ein Team, ich muss mit, Leute, ich brauche euch da. Ja, 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 ja. Der Feind sprecht über den Gebiet ab. Töse alle. Los! Jo. Jetzt kann gleich oben rauskommen, die Duels, wa? Ich habe keine Waffen mehr. Jo, die sind da, da sind Gegner. Da stehen ja wie ein paar Assis, Leute. Ich glaube, wir sollten irgendwie Fischen machen hier. Lass die hochkommen. Doch, hier bei mir. Geh weg, haut ab. Da oben Leitmarker. Ja, die looten sich jetzt schon die Waffen an. Ja. Nee, Pushing Clash. Infanterie-Ziel entdeckt. Die sind bei mir mischhaft, glaube ich, Leute. Die sind bei mir mischhaft. Ich habe einen, ich brauche euch. Alter, leckt mich doch. Einer ist K.O. Danke, bei mir. Tschau. Einer hat gute Hits bekommen. Ich kann jetzt einfach hier hinterher. Gumm drüber jetzt hier. Bleib mal kurz. Okay. Die sind bei mir hier, ne? Gulag, Gulag. Und wenn du verlierst, war es da. Es ist Zeit, Soldat. Mach sie fertig. Du hast dir deine Hände schmutzig gemacht. Gut, jetzt zurück in den... Wirklich, Leute. Also, Großhaus voll. Alex, pass auf. Okay. Es wurde eine Nebula-5-Bombe entdeckt. Wachsam bleiben. Also, die kommt in die Kiste runter, Bro. Wie viele Kisten sind denn das? Zwei Stück. Versuch zum Lodi. Soll wir dir entgegenkommen, ja, ne? Unter. Oder komm auch zum Lodi. Ist das bei mir selbst, oder? Ne, ich hab noch nichts. Beeilung, auf zur Sicherheitszone. Deckt bei mir extrem, Alter. Drei Kisten runtergekommen, hab ich gerade gesehen, ja? Okay. Da ist die zwei, dann waren es zwei, ja. Weil die dritte liegt ja vorne. Die dritte ist hier, oder? Okay, okay, okay. Darunter gegoogelt. Life-Marker, Gegner. Life-Marker. Hinten Life-Marker. Die pushen, glaube ich. Kommt, ein Brezi. Hm. C-C-Nummer. Bro, es lag, Alter. Es ist gern fucked ab und lag die Bitch, Digi. Life-Marker. Ja, ich will weg da. Wir könnten eine Drohne kaufen, am Shopper kommt man nicht hin, war? Genau da. Da vorne, unter uns. Life-Lieb. Komm mal. Jam ab. Ich brauche noch mehr Kohle von euch. Ja, ich komm. Links, rechts, Alter. Ich werde schon geschossen, Leute. Mit einer Snipe, oder irgendwas. Wir müssen irgendwie nach rechts rüber zu den Häusern, irgendwie, glaube ich. Die Drohne ist aktiv. Die Drohne ist jetzt komplett, wahrscheinlich, wa? Drohnen Treibstoff aufgebraucht. Rückkehr zum Auftanken. Die Drohne kommt zu uns, wa? Da hinten war einer close bei dir irgendwo, Alex. Ich glaube, im linken Haus, da. Wo sind die hin, Alter? Die sind, glaube ich, oben drinnen, ja? Die sind da oben drinnen, Orange. Und wo? Ähm, von diesen... Hier. Scheiße, ich komm mal nicht mehr weg. Hab den. Hab gute Hits, der eine Shit-Frag. Von links, oben, von links, oben, links, oben, links, oben, wo ich hingucke. 71. In dem Haus, hinter den Haus, Orange Marker. Die Posten rechts rüber. Live-Marker. Jetzt habe ich jetzt Ziel markiert. Hab du und du. Da habe ich K.O. ein. Hab den. Hab den auch. Anderes Team von oben links. Von rechts nach irgendwo. Irgendwo die Richtung. Ja, äh, war scheiße genug. Ich hole mich. Ich hole mich. Ich habe Selfie. Hab ihn, Nack. Ich hole dich. Sauber. Ich M ab. Wo sind denn die Ludes? Da hinten ist einer, glaube ich, da hinten runtergelaufen. Ich bin mir nicht sicher. Ich habe den Kill noch nicht gekriegt. Wiederbelebt, ja? Maybe. Wahrscheinlich bei Ruine. Auf dem Rest irgendwo. Ja, ich bin. Ja, Kulamaka, Kulamaka. Irgendwo. Unter euch, unter euch. Orange. Da vor uns, vor uns. Hier, ja. Ah, Mann. Dein Teammitglied wurde in den Gulag geschickt und kämpft um eine Chance, wieder eingesetzt zu werden. Ja, ist er closed bei mir? Ja. Dein Teammitglied hat den Gulag betreten. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Dein Teammitglied hat den Gulag betreten. Ein Überleben erlaubt einen erneuten Einsatz. Dein Teammitglied hat versagt und wurde zur Basis zurückgeschenkt. Dein Teammitglied hat den Kampf verloren und kehrt zur Basis zurück. Ich häng mich auf Fels wie ne Bitch, Digga. Digga, wie ne Bitch häng ich Fels, Dude. Scheißrunde, Alter. Oh, ich bin da noch offline. Ich bin wieder, seid mir nicht böser Mutti, Alter. Das reicht, Leute. Oh, oh, oh. Ich bin zu fett, ich bin zu fett. Fühle ich und kenne ich. Ich bin ein Wiederbeleben, aber schwierig zum Einkaufswagen. Eine Platte eventuell. Ich glaube rechts. Ich bin bei dir, Bro. Böttchen. Sorry, Alter. Ich bin bei mir mit S-Mine. Scheißlupe ich da auch nicht weg so einfach. Nicht nur mit S-Mine. Die sitzen direkt hinter der Mauer. Herr, der Schinkeleck. Digga, absolut göttlich, Alter. Absolut göttlich heute das Game, Digga. Nur 14 Runden, Alter. Soll ich nicht sehen? Wie ist doch selber nicht, Leute. Ja, gerade eins gegen vier. Soll ich dann machen, Alter. Hast du auch eine Pistole aus? Willst du mehr? Ja. Machst du alle nackt? Ja. Ja, Pistole ist natürlich göttlich. Ich weiß nicht, ich gehe jetzt einfach hier runter bei Storage, glaube ich. Was sonst zu machen. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitskrone wird markiert. Jo, Kopfgeld, göttlich. Verwollt deine Position. Ist halt geil, dass du keinen Schoppel noch näher hast. Ne. War nix, nur ein Seil halt, aber die werden eh gleich für mich prüchen. Scheibe. Brauche schon eine Scheibe. Was ist hier hin? Reicht. Reicht. Sie kommen. Das war's. Wer mich hier hört, wer? Geht's los, später eine Runde verstecken. Wer weiß, wo ich bin, ich weiß nicht, wo der ist. Hä? Ist ein Impossible. Oder er kämmt irgendwo auf dem Berg hinter dir. Oder der hat dich nicht gepeilt und ist einfach weitergelaufen. Ich glaube, ich habe die Steps hören müssen. Ja, das war's ja eh, Liga. Das war's ja eh, Liga. Nee, da geht's ja. Nee, dreht sich schon. Frage seit welcher Schopper, Alter. Ab. Erst mal zum Seil. Da hinter mir. Haben wir irgendeinen Schopper vor mir? Martin, grüß dich. Andreas, moin moin bro. Ich dachte, soll ich das machen? Da kriegt einer schon vor mir. Da läuft doch schon einer dann dem Schopper da unten. Ja, ja, ja. Ich hab mal angefangen, sorry dafür. Och, nee. Feindliche Drohne ist aktiv. Schau mal hier rüber ins blaue Haus. Das Gas breitet sich aus. Neue Sicherheitszone wird markiert. Das ist verkauft. Bei dir. Danke, schlanke. Die werden gleich kommen, Leute. Die snipen schon vor uns, bei uns. Die kommen. Die kommen. Aufpassen, die sind bei uns schon irgendwo. Links von dir, links von dir, links von dir. Ja, scheiße. Ich hab ne Plattenbox. Pushen mich. Im Haus, ich ja. Bei mir, bei mir, bei mir. Das Gas breitet sich aus. Keine guten Waffen, bro. Bringt nix dahin zu gehen. Bringt nix. Die kommen. Die kommen. Links. Mehr Jenny Platten. Ach, da trefft. Stopp. So, let's keep it out. Was war's, Leute? Sorry, da für ein Mütis. Man, die Zange. Gut. Gibt's Schlimmeres. Erbis, zum Beispiel. Ers, errs. Hier hinten sind sie. Setze einen Sammelpunkt. Ähm. Wir haben die Lodi geholt. Geil, ja? Snip, einer. Livemarker. Der braucht ja gar nicht hingucken. Das bringt nix, Leute. Ja, der hat ein Snapper. Ich kann nicht mal landen. Kann nicht mal landen. Was für ne verhurte Poli. Springe ihn mit. Springe ihn mit. Springe ihn mit. Feindlicher Soldat in der Nähe. Der war's, dass ich vorbeigekommen bin. Der ist wahrscheinlich mit dem, Arlene. Die Drohne ist aktiv. Die Drohne ist aktiv. Die werden jetzt kommen. Die werden jetzt kommen. Der kam gerade aus dem Kulak. Arme Schwein. Bist du dir hier wütend? Was war denn? Läger, null Waffen, nix. Ich bin müde. Ich bin down. Ich muss wichsen, Alter. Falsche, Leute. Feindlicher Verfolger, abgeschüttelt. Platten kaufen. Eine Drohne kaufen. Die sind direkt hier in dem Haus. Ja. Der aimt aus dem Fenster raus. Keine Muni, kein gar nichts, Leute. Soja, hier Platten. Die protecten mich. Die protecten mich. Ja, Snapshot. Der hat Sniper gekriegt. Ich komme zurück. Die kommen, die kommen, die kommen gepusht von oben. Closed, 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 closed. Die grrrrrrrrrrrrr. Mit der Pumped an der Pate, Digga. beste runde für heute lebe ich liebe ich habe ich jetzt das land der träume ammoudis macht man morgen noch mal eine attacke gelacht mit diesen trotzdem bis zum nächsten mal aber ich bin echt dauernd ich bin sowas von müde ich bewege mich ja kein stück in dem game gerade morgen vormittag wird wieder gepusht der süßen morgen vormittag wird wieder gepusht 10 uhr geht's los ich freue mich auf euch lieben vielen dank fürs zuschauen sorry für die letzten zwei drei runden war ein bisschen defensiveres gameplay morgen geht es wieder zur sache schlaft gut träumt was schönes habe ich liebe süßen bis morgen bye bye dudes gutes nächtle gute night